Weihnachtszeit ist Familienzeit Das sieht offenbar auch Dani Büchner, 43, so die ehemalige Promi Big Brasser Teilnehmerin versammelte jetzt ihre Familie, um ein paar niedliche Fotos zu schießen. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte anschließend ein paar Bilder mit ihren fünf Kindern in den sozialen Medien. Volkan Karabas, Juelina Karabas, 22, Yadda Karabas und die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya Büchner sind mittlerweile ganz schön groß geworden. Auf Instagram postete Dani jetzt ein Familienfoto mit all ihren Kids, eins von ihr und ihren Zwillingen, ein Bild mit ihren Töchtern Juelina und Yadda sowie einen Solo-Schnappschuss von sich alleine vor ihrem Weihnachtsbaum. Die ganze Familie ist dabei festlich gekleidet und alle bis auf Volkan tragen weihnachtlichen Kopfschmuck. Die fünffache Mutter schrieb zu der Fotostrecke, meine Gang. Wir wünschen euch fröhliche Weihnachten, schöne Feiertage und ganz viel Liebe. Juelina ist mittlerweile 22 Jahre alt und scheint in die Fußstapfen ihrer Mutter treten zu wollen. Sie nahm vor wenigen Monaten an Shopping Queen teil und gewann am Ende sogar. Auch Dani's ältester Sohn Volkan ist mit seinen 19 Jahren schon erwachsen. Yadda ist heute 17 Jahre alt und die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya, die von Dani's verstorbenem Mann Jens Büchner, Kreuz 49, stammen, sind 5 Jahre alt. Geräusche